hallo liebe freunde es ist kaum zu fassen aber unser kochbuch sind die letzten korrekturen ihr wisst ihr es kommt erst im märz aber man kann es ja schon überall vorbestellen und dann habe ich natürlich gedacht das bekommt ihr ja von mir ja auch und diesmal habe ich mir was ganz besonderes einfallen lassen ihr wisst ja immer ein zwei wochen bevor es auf immer auf markt ist bekommt ihr schon bei mir natürlich signiert portofrei mit einer kleinen überraschung aber diesmal gibt es was ganz tolles zu gewinnen und ja ich hoffe dass es euch gefällt ankündigung es gibt ein fünfgang menü von mir gekocht hier bei uns mit anreise und hotel und es wird eine wundervolle musikalische umrahmung geben der tolle großartige thomas gruber von den stimmen der berge mit dem mich ja die lieder alle gemacht habe wird euch die hintergrundmusik machen und spielen an dem abend wir haben gespräche und natürlich ein tolles essen ja das ist mein geschenk und das könnt ihr eben dann auch ankreuzeln deswegen habe ich extra auf meiner homepage so ein bestellformular einrichten lassen das ist viel einfacher für euch und für mich ist wo ihr dann einfach die adresse eintragen können manchmal wird die auch vergessen da müssen wir nun her schreiben oder für wenige signiert haben wollt und eben euer kreuzlein machen und ihr könnt diesen tollen gewinn ich werde es verlosen alle namen die angekreuzten kommen eben in dieser lostrommel und ich glaube es wird auch kochschürzen geben und andere preise noch die kommen jetzt erst noch aber ich wollte euch eben das sagen ihr könnt es eben auch bei mir bestellen wir haben uns so viel mühe gemacht ich habe manchmal nächtelang am schluss gearbeitet und ich danke wirklich dem großartigen doktor sahuli der ja so eingespannt ist jeden tag für seine patientinnen und vor allem gegen den krebs kämpft ja in der ganzen welt und sich austauscht und dass er so viel doch zeit gefunden hat diese tollen text auch auch so viele mythen der medizin mal über bord zu werfen wir haben einen tollen tipp von dem besten ernährungsberater in deutschland die uns auch im buch was für das buch geschrieben hat und wir haben uns so so viel mühe gemacht dass es wirklich nicht nur ein rezepte gibt tolle 44 rezepte sondern eben was für die lebensfreude und das ist ja das wichtigste wie ihr wisst meine bücher die euch immer kraft geben sollen tolle themen aber eben auch tolle rezepte und ich hoffe dass es euch gefällt und ich lebe so gerne und ich möchte dass ihr lebt bitte passt auf euch auf habt einen gesegneten sonntag und ich habe euch lieb schöne theresa